Es wird Zeit, unser erstes eigenes Programm zu erstellen. Wir werden unseren eigenen Zoo mit verschiedenen Tieren programmieren. Wenn du Pocket Code öffnest, gelangst du zum Startbildschirm. Der Startbildschirm erlaubte verschiedene Optionen. Wir wollen ein neues Programm erstellen und drücken deswegen auf Neu. Nun müssen wir dem Programm einen Namen geben. Hm, ich gebe dem Programm den Namen Zoo. Bevor du auf OK drückst, stelle sicher, dass die Ersteller leeres Programmbox ausgewählt ist. Nun müssen wir noch entscheiden, ob das Programm auf Hoch- oder Querformat laufen soll. Hier ein kleiner Tipp. Die Ausrichtung hat eine Rolle auf die Anordnung deiner Objekte. Überlege dir deswegen gut, wie dein Programm ausschauen soll, damit du nachher keine Probleme hast. Für unser erstes Programm wählen wir am besten Hochformat. Der erste Schritt wäre geschafft. Wir haben nun ein neues Programm mit dem Namen Zoo erstellt. Juhu!